Bakugan, Bakubaios, Gorthion Hey, hier ist Lea. Und dieser Bakugan-Ball, den ihr da seht, ist einer meiner Favoriten. Bakugan, kommt! Oh ja, das ist mein Kumpel! Das ist Gorthion. Er ist ein Bakugan-Gorilla und er liebt es zu kämpfen. Bakugan werden in Fraktionen gruppiert. Gorthions Fraktion ist Chaos. Bei Chaos Bakugan geht es um Lichtenergie. Es gibt noch andere Mitglieder in der Chaos-Fraktion wie Pegatrix, Cabo und Centaur. Ziemlich cool, oder? Gorthion hat ziemlich fantastische Fähigkeiten, wenn er kämpft, wie die Trommelwelle. Oh, das hier ist eine seiner besten. Mega-Schlag! Das ist eine von Gorthions Karten. Ziemlich cool. Er hat einen B-Power-Wert von 600 und einen Schadenswert von 2. Sieht er nicht wild aus? Nicht bei allen von Gorthions Fähigkeiten geht es ums Angreifen. Er hat die Fähigkeit, sich und andere mit einem Körperschild zu schützen. Jetzt wisst ihr alles über Gorthion. Oh, ich muss los. Es ist Zeit für einen Kampf. Wir sehen uns!